Mit der Faust, wie der Vici? Ja. Also eigentlich bin ich ja ganz öppfein. Ja, das ist es auch. Manchmal habe ich eine laute Röhre. Aber manchmal bin ich sehr fein. Mhm. Ja, willst du das Möbel noch? Ist das immer noch so? Willst du es noch? Willst du den ganzen Scheiss, den ich immer behalten habe? Nein, oder? Nein. Also, das ist der Abfall. Ich helfe dir.